Wir befinden uns hier in Dschaffhausen, einem wunderschönen Städtchen am Rhein. Und wir befinden uns hier, mitten in der Stadt hinein, Stadthaus geführt, also Stadthaus, Stadtverwaltung, wo wir dort arbeiten und arbeiten. Wir haben hier ein grossformatige Biberschwanzziegel auf dem Dach oben. Dachformen Mansarden, Doppelmansarden. Wir haben hier ganz verschiedene Anforderungen an den Siegel. Einerseits ist die Grossformatigkeit sicher auch von der Verarbeitung her sehr gut. Und doch sind wir in der Altstadt, wo sehr viele alte Häuser, alte Architektur ums Haus herum bestehend hat. Und wir haben hier einen relativ modernen Bau, also auch hier mit dem Gradschnitt Biberschwanzziegel hervorragende Architektur gewährleisten. Hier in diesem Bereich haben wir die Ziegel so gestellt mit einer Unterkonstruktion aus Metall, wo man jeden Ziegel auswechseln kann. Und wir haben eine Beliechtung. Zusammenarbeit mit der Gassenceramik ist sehr gut gewesen und werden ganz sicher weiterhin mit Gassenceramik zusammenarbeiten. Zusammenarbeit mit der Gassenceramik ist sehr gut. Zusammenarbeit mit der Gassenceramik